Hallo und willkommen zu Türchen Nummer 18 des Adventskalenders und heute gibt es wieder ein Booster Unboxing und zwar wieder zu Lichee oder Lisee, keine Ahnung, immer noch nicht, wie man es ausspricht und zwar wieder zu Fade Grand Order. Machen wir doch mal auf das Teil, ohne dabei natürlich die Karzen zu zerschneiden. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Okay, einen sehr, sehr komisch aussehenden Typen, der hat theoretisch, also hat ein bisschen Gegenspieler-Vibes. Schwulibet und Blonde Maid. Dann komisches Mädchen in Ketten. Der freundlich aussehende Typ, der aber vermutlich eigentlich ein Psychopath ist. Was haben wir hier? Wieder so ein komisches Mechermädchen. Ähm, ja. Irgendwas an irgendwas ägyptisch angelehntes. Mit dreier Gruppenkarte. Und den fiesen alten Mann. Ja. Und natürlich unsere absolute Lieblingskarte. Die ist immer mit dabei. Ah, nur bei Weiß-Schwarz. Da war so eine nicht dabei. Ja, wie soll ich sagen, bin ich eigentlich recht mit zufrieden. Eigentlich ganz nette Karten dabei. Kann man echt nichts gegen sagen gegen die beiden hier. Ich mache auch hier wieder dieses Gruppenbild. Und auch hier dieser komische Psychotyp sieht doch recht cool aus. Ja, und mehr würde ich sagen, seht ihr dann bei Türchen Nummer 19. heißen.